Ja hallo, ich bin der Wari und ich lasse mich gerade von meinem neuen Spielzeug filmen. Der Ton klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil sämtliche Geräusche ausgefiltert werden, auch das Propellergeräusch. So, jetzt kommen wir ein Stückchen rüber, da kommt nämlich eine Laterne. Ich wollte euch eigentlich die Verlosung der CY70 noch vorlesen, aber dazu gehen wir noch an einer anderen Stelle, da filme ich dann weiter und bis gleich. Ich wollte eigentlich gerade versuchen eine Aufnahme zu machen mit Ton, um den Gewinner der CY70 bekannt zu geben. Aber leider ist es so, wenn ich die App vom Hover erschließe bzw. switche ins E-Mail-Programm, hört die Tonaufnahme leider auf. Und dann ist es nicht mehr möglich, dass ich einfach so aufnehmen kann. Ich bewege mich jetzt im Hover-Modus. Kamera bleibt an der Stelle stehen, wo sie ist und verfolgt mich sozusagen wie ein Kameramann. Ich finde diese Art der Aufnahme einfach wirklich klasse, weil ich kann mich frei bewegen. Mit den Tonen muss ich noch ein bisschen rumprobieren, ob man hier auch Bluetooth verwenden kann. Das mit dem Kabel, das stört mich. Das werde ich dann aber demnächst mal ausprobieren. Ich werde jetzt zurückmarschieren, werde die andere Kamera schnappen und werde euch dann die E-Mail vorlesen, die von mir die CY70 bekommt. Bis gleich. Also erreicht haben mich relativ viele E-Mails, aber eine hat mir besonders gut gefallen und zwar die hier. Hallo Vary, dein aktuelles Video habe ich mit großem Interesse verfolgt. Als ich gehört habe, dass du eine CY70 jemandem schenken möchtest, stand für mich fest, dass ich mich da sofort bei dir melde. Aufnahmen der CY70 habe ich schon in einigen Videos gesehen. Insgesamt halte ich die CY70 für eine außergewöhnliche Kamera und würde sie mir gerne kaufen. Leider ist sie schon seit der ganzen Zeit nicht mehr zu bekommen und das hat mich immer geärgert. Auch bei Ebay oder Kleinanzeigen habe ich sie noch nicht gefunden, obwohl ich da immer schaue. Mir persönlich gefallen die Aufnahmen besser als beispielsweise von der aktuellen CY95 und ich mag das Konzept einer klassischen Kamera ohne Solarpanel. Ich würde mich sehr über die CY70 freuen, das kann ich dir versichern. Das versichere ich dir auch, du wirst dich darüber freuen. Ich packe in dem Paket noch eine Kleinigkeit von mir selber rein und wünsche dir damit dann viel Spaß. Für alle anderen, es gibt weitere Gewinnspiele auf meinem Kanal. Wenn ihr abonniert habt, dann verpasst ihr diese auch nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vary. Ich wünsche euch alles Gute.